Zur Basis müssen wir eigentlich gar nicht, oder? Wir können gleich zur schwarzen Galeone. Das können wir durchaus tun. Bitch, please. Oh, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Ruhe. Nein, lass mich. Na ja, klappt euch da hinten mal. Das hab ich gesehen. Ja, die haben's verdient. Das hat's verdient. Das hab ich genau gesehen. Gut, dass du das gesehen hast. Dann weiß der, was dich erwartet. Wenn du mir krumm kommst, Madame. Das war dein alter Freund. Peter. Nee, Peter ist ein Nashorn. Nein. Doch. Nee. Doch. Auch. Alternativ ist es auch der Boss in den Abschaumtiefen. Oder dein Haustier-Krokodil. Das war's. Ja. Als ich das getötet hab Dann war aber das Geschrei groß Das letzte Mal Und er rennt einfach kaltblütig dran vorbei Und killt es Man muss sie nicht verstehen, die Männer, oder? Nope, alles klar Drei Alchi nicht töten Okay Sehr schön Ich bring den mal hier um die Ecke Too last Sehr gut So Aha bist du schon wieder da oder hast du schon oder oder ja ich bin schon wieder hier ach so okay gerade zwei leute getötet alles klar ich weiß nicht ob ihr das mitgekriegt habt aber ihr seid tot motto oder möcke motto ok ja ja du lustig wie der Hauptmann nichts aushält feier das so ein bisschen ich darf die truhe nicht öffnen dann zerstör sie ja Sie will sich nicht zerstören lassen. Ja, es ging mir gerade auch so. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, der Server kackt ab. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich habe zwar gerade Leute töten können, aber... Ich habe auch Leute töten können, nur die Truhe wollte nicht. Ja, ich finde es ein bisschen komisch. Naja, wir machen danach eh sowieso ein Backup nach dem Stream von dem her. Es ist jetzt auch egal, ob wir die Truhen zerstören oder nicht. Ja, ja. Warst du schon unten? Nee. Warst du beim Hauptmann? Ja. War kein Dreier-Sklaven-Meister da? Nein. Schade. Die Truhe hier unten geht auf. Hm. Die haben wir auch zerstört. Die anderen oben habe ich auch zerstört. Vielleicht haben wir eine vergessen vorher. Ich habe es ja bei zwei Truhen getestet. Hm. Okay, dann ist es in der Tat seltsam. Jetzt... Hier waren eben zwei Truhen übereinander. Die eine habe ich zerstört. Okay. Die konnte ich öffnen. Die andere, die da jetzt noch ist, kann ich nicht öffnen. Ja, das ist irgendein Bug. Jetzt ist die Truhe da hinten aufgegangen. Ja, die habe ich aufgemacht. Achso, okay. Da hinten. Ja, sind wir eigentlich schon durch. Ja. Wieder mal. Wieder mal, ja. War schön. Da hinten vielleicht nochmal der, ähm... Ja, der Hauptmann. Ja, der Hauptmann. Hast du also gut Essenzen mitgenommen? Ich habe siebzehn. Ich habe siebzehn. Okay. Ist ja gar nicht so schlicht. Alles zu deiner Zufriedenheit. Ja, ich habe das gerade mal inspiziert, aber... Dass ich das auch ja alles richtig gemacht habe vorhin, ja. Ja, das hast du erst sehr richtig gemacht. Hast du gut gemacht. Gut. So, ich glaube, ich werde jetzt aber dann Schluss machen. Hm, ich auch. Mir reicht es nämlich. Weißt du? Ich habe keinen Bock mehr. Nee, ich muss noch Steuer machen. Ja. Der ist allgemein heute ein bisschen laggy. Der Server. So ein bisschen. Hab ich so das Gefühl. Wir haben heute echt viel geschafft. Wir haben einiges geschafft heute. Wir haben echt sauviel geschafft heute. Nicht nur den Kartenraum. Wir haben mit dem Kartenraum begonnen. Wir haben mit dem Kartenraum begonnen. Haben die Basis richtig auf Vordermann gebracht. Ja. Du hast mich durch deine Teleportation aus der Teleportation gekickt. Stehst du jetzt aber hier neben mir? Ja, weil ich mich neu teleportiert habe. Ach so. Tja. Das ist wie mit den, ähm, Werkbänken und Kisten. Also dazu muss ich jetzt auch sagen, das finde ich ein bisschen bedenklich hier. Was hier ist? Was denn? Zehn Millionen Fischfallen gefühlt. Zehn Millionen Fischfallen? Ja, warte mal auf den Tag. Wo bist du denn? Warte. Würde ich gleich Tag. Okay. Hier. Da. Hallo. Hüpfe. Umdrehen. Dreh dich um. Hier. Ich seh. Ja, ich seh. Ich hab dich nicht gesehen. Ehrlich. Okay. Halleluja. Er. Spannendau. Wenn hier mal, wenn hier mal was gespawnt ist, es spawnt jetzt nicht mehr. Die sind alle von... Ja, ja. Paul. Falls hier mal was gespawnt ist, es spawnt jetzt nicht mehr. Warum? Ich frag's mich auch, wieso man zehn Millionen Fischfallen braucht. Klar, das bringt Öl und so, aber die bringt doch eine Falle irgendwie nicht. Zwei Reichen. Locker. Vollkommen. Locker. So dieses Übertreiben immer. Ja. Zwei Reichen. Locker. Ja, ja. Wenn ich fünf Millionen, 374.000. Zwei, meinetwegen drei, wenn es unbedingt, wenn man unbedingt viel braucht, aber... Wir haben zwei Fischfallen und zwei Krabbenfallen. Hier Schallentierfalle, Schallentierfalle, Fischfalle, Fischfalle. Es sind jeweils zwei, gut, es sind insgesamt vier Fallen, aber jeweils zwei, die unterschiedliches Zeug fallen. Und wenn man sich das mal genau anguckt, eigentlich reicht je eins. Na? Eigentlich. Ja, wir haben insgesamt vier Fallen, das ist wahr. Aber wir haben nicht 10.000 von einer Sorte. Sondern zwei von einer Sorte. Ich nehme das mal wieder mit. 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 Ich nehme das mal wieder mit.